Das ist ja mal ein geiles Video. Prost, Freunde. Ja, das waren noch Zeiten, die 300.000. Ja, das sind 30.000 Hürser. So, bald aber 300.000 hoffentlich. So, und nun? Erstmal ein Schlückchen trinken. Prost. Abstellen dir den Kameraden. Und das Mäuschen bedienen. Es gibt ne kleine Neuerung hier bei Jollys Seite. Was ist das denn da auf einmal? Der Grillshow-Shop. Yes, sir. Unglaublich viele Produkte. Wow. Oh ja, da gucken wir erstmal gleich nach. Oh, Pullover, T-Shirts, Kissen, Tassen. Alles dabei, jawohl. Auch was zu lunsen für die Girls. Oh ja, ne Schürze darf auch nicht fehlen. Hier, Grillshow. Oh, geil. Wemsen, ja. Ja, da kann man ruhig drauf einbämsen. Ja, sehr guten Kissen. Und hier, ballert's euch rein. Darf natürlich nicht fehlen. Oh ja. So, und? Die langerwartete Doppelfausttasse. Jawohl. Nur damit kommt man in den Tag. Ja, man faustet sie sich rein. Danke für den Support, Boss and Girls. Hier könnt ihr euch austoben. Die Grillshow nur für euch. Und Merchandising wird nicht abbrennen. Ich hab noch ein paar neue Ideen für euch. Demnächst. Viel.